Jo, falls nachdem Theresa dann die Torte heimlich probiert hat, durften wir dann nach langer Zeit dann endlich auch mal probieren. Am Anfang dachten wir wirklich, Lucy schmeiß die Torte runter, was sie zum Glück nicht getan hat. Auf jeden Fall waren die beiden die Ersten, die die probiert haben und sie hatten anscheinend sehr lecker geschmeckt. Und dann durften endlich wir anderen auch und Lucy hat mir nochmal Gesellschaft geleistet. Und ich muss sagen, es war echt, echt nice. Also Lucy hat einen guten Job gemacht. Das war's, bye!